Oh, sagst du mal was? Ja, nochmal, das war ganz cool. Ja, herzlich willkommen. Achso, läuft, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite bei Fünnüsse, zurück aus der Sommerpause. Ja, Dirk hat ein bisschen Wahlkampf für die AfD gemacht, auch durchaus erfolgreich. Hat funktioniert 27,5 oder was haben sie so gerissen in Sachsen? Ich glaube ja, irgendwo so 26, 27 in Sachsen und ich glaube so 23 in Brandenburg. Ne? Es war ein recht extremer Wahlkampf. Kann man mit Fug und Recht behaupten. Ja, I did not see that coming. Ja. Ja, gut, es ist, wie es ist. Können wir zwei jetzt nichts dran ändern. Aber wir sind hier wieder da. Ihr hört, wie die Unterdrucktüren geöffnet werden. Ich sehe, du benutzt weiterhin den Nicht-Whiskey-Kohlensäure- Befüller. Ich musste schon die Gaskartusche einmal austauschen. What? Eine Kartusche hält für 60 Liter Wasser. Okay. Was jetzt in einem heißen Monat, in 20 Tagen und ich nehme eher mehr Kohlensäure, also 60 Liter ist schon, fand ich aber trotzdem, war einigermaßen gut geschätzt. Also auch wenn du viel Kohlensäure benutzt. Also hast du denn, hast du denn, ja, du hast jetzt keine Striche gemacht und weißt von wegen, das waren 60 Liter, sondern du hast gedacht, okay. Ne, also 60 Liter steht da und es waren jetzt 25 Tage oder so. Und du merkst halt, wenn du pusht, das ist dann nur noch so eine Dürre, so eine ganz so Medium-Kohlensäure oder was? Ja, also es wurde dann richtig abgestanden, so die letzten zwei, drei Liter. Okay. Und wie hast du das gemacht? Hast du das bestellt oder hier in irgendeinem Store gebracht? Nee, beim DM. Kannst du die alte auch eintauschen, ne? Genau, du bringst die alte mit und dann bekommst du eine neue. Was ja geil. Und bei DM haben sie halt nicht die Soda Stream, sondern irgendeine andere Soda Trend oder so Marke. Genau, die sind auch irgendwie alle genormt. Ja. Ich dachte aber auch, das wäre ja auch wahrscheinlich günstiger, aber das Mineralwasser von Lidl ist günstiger im Vergleich. Wie, dein Leitungswasser plus die Kartusche? Ja, die Kohlensäure alleine ist teurer als das Mineralwasser von Lidl. Krass, also im Vergleichsgesetz zu ... Das kostet halt 19 Cent für anderthalb Liter und das ist so bei 15 Cent für einen Liter. Plus, minus. Das, was du jetzt hast? Hier? Ja, aber 15 Cent ist so weniger als 19 Cent. Für einen Liter, anderthalb Liter für 19 Cent. Ach so, okay, ja. Ja, da machen die wohl wirtschaftlich irgendwas draus und du nur zum Hausgebrauch. Die kaufen bei DM günstiger die Flasche ein, sage ich dir. Nee, ich habe ja sogar noch die ... Es gab noch so ein zweier Set an Flaschen bei Lidl. Deswegen habe ich mir noch zwei große Flaschen geholt, damit ich nicht jedes Mal mit der großen Flasche wieder hingehen muss, wenn die Flasche alle ist. Sondern ich kann jetzt immer welche im Kühlschrank auf Reserve haben. Ach so, meinst du das? Ja. Ja, okay. Ist ja auch praktisch. Was hast du so erlebt? Einen dicken Knöchel habe ich. Aber wenn man noch sieht ein bisschen ... Welcher ist es denn? Ich sehe es nicht. Der rechte? Nee. Ist der linke. Sieht man nicht so richtig. Nee. Echt nicht? Einen dicken Fuß spannen vielleicht eher sogar. Nee. Egal. Ich bin tausendmal umgeknickt auf dem West Highland Way. Aber zum Glück nicht einmal so, dass man sagt, ah, das war's, Abbruch. Beziehungsweise, Klaus, du hast ja gar kein Gefühl da. Also, da gäbe es ja gar keinen Abbruch. Du würdest ja halt mit deinem Gummifuß weitergehen können. Du hast ja dann keine Schmerzen. Ich hatte es mich ja beim Fußball immer wieder richtig gerissen. Also, da konnte ich zumindest zwei, drei Wochen nicht spielen. Neulich? Also, das muss ja dann, bevor ich losgegangen sein ... Ja, irgendwie kurz davor, ja. Zwei, drei Wochen. Ja, vor drei Wochen oder so. Okay. Also, wirklich auch so ganz klassisch. Aber dann auch nicht gelaufen und nichts? Also, kein Jogging, kein gar nichts danach gemacht? Äh, doch, das ging schon. Aber Fußball geht halt nicht. Okay. Also, das ist halt immer diese ... Wie beim Wandern hast du es ja auch, dass der Boden halt uneben ist. Und jeder Schritt ist anders. Ja. Und das ist aber im Fußball halt genauso. Du kannst halt nicht genau vorhersehen, wie du den Fuß aufsetzen kannst. Und deswegen ist das halt vergleichbar. Ja. Ja, ich habe erfahren, dass der Part, den ich jetzt fast dreimal gelaufen bin, auch der nervigste war. Also, es hieß ja von ... Ja, pass mal auf, die großen Dinger kommen ja noch. Aber danach, also, ich habe ja bis zum Loch Lommond eigentlich schon zweimal vorher gemacht. Oder beziehungsweise am Ende des Loch Lommonds, der größte Süßwassersee in Schottland, der auch Glasgow und sowas mit Leitung, also Frischwasser versorgt. Und durch Unwetter, da waren ja halt auch krasse Unwetter in Schottland, zum Glück vor meinem Aufenthalt, hat sich der Weg komplett verändert. Und da sind dann halt in Anführungszeichen Wanderwege entstanden, die es in Deutschland, glaube ich, keine Zulassung gekriegt hätten. Da wurden halt Brücken weggespült und hast dich gesehen und dann stiefst du halt dann teilweise vor hüfthohen Felsbrocken und darfst dann halt mit einem 18 Kilo schweren Rucksack und einen Weg, der halt zwei, ich weiß nicht, schrittbreit, zwei Schritte breit wäre, rüberklettern, weil links ist halt für dich dann so drei Meter Abhang runter, steil und dann ins Wasser und rechts ist halt steil hoch, so. Und das war halt dann, das war dann schon nicht mehr so, oh schön, das war schon ein bisschen assi. Aber es gab dann halt faszinierende Leute, die dann halt, was ich auch letztens mit dir geschrieben habe, den vermutlich trainieren für den West Highland Race, den ganzen Weg, diese 154 Kilometer gibt es auch als Race, die dann irgendwie nach Nacht begonnen wird und der Rekord liegt bei 12 Stunden 48 oder sowas, also krank, wo ich auch teilweise denke, du kannst teilweise gar nicht laufen, du kannst teilweise nur klettern und bei dem Devil Staircase beispielsweise, das ist der höchste Anstieg, irgendwas 1,5 oder sowas ist das, gehst du halt so serpentin, so einen Schotter, Felsweg gehst du halt hoch, der ist relativ gut zu gehen, aber es ist halt einfach so anstrengend, dass du teilweise nur so zwei Schlaufen gehst, also du gehst dann so gefühlte 15 Meter oder so und dann musst du halt eine Pause machen und dann wieder 15 Meter, weil du kommst, schaffst es halt. Ja, das ist ja schon, also ich meine, so 10% Steigung fühlen sich ja schon an, als ob man eine vertikale Wand hochsteigt. Also man denkt ja immer so, ja 10%, was, also ist ja nichts, man hat immer so diese leichte Steigung dann im Auge, aber das ist alles, das fühlt sich alles so bestialisch an. Ja, ja, total. Und ich habe dann auch die klassischen Fehler so gemacht, dass ich halt gute Schuhe hatte, die ich halt nicht schon ordentlich eingelaufen habe. Ich meine, ich habe die in Berlin getragen, aber ich bin jetzt nicht dann irgendwie mal jedes Wochenende einfach mal zwei Stunden damit marschiert. Und es hat sich halt gerecht und hatte dann maximal waren es dann halt. Stimmt, du hast ja auch deine Blasen. Ja, sieben Blasen hatte ich an den Füßen. Am geilsten waren die zwischen den Zehen, die dann schon ein bisschen unangenehm waren. Und ich dachte so, wie kommen die denn hier dazwischen? Naja, und ja, und dann das mehrmalige Umknicken, aber zum Glück halt nicht richtig krass. Ist dann halt die linke Seite halt dann auch ein bisschen angeschwollen. Da hatte ich halt zum Glück diesen, weiß nicht, Thrombose-Strumpf oder was, diese Halbdinger, was da vorne offen ist, wie so eine offene Socke. Ja. Ja, und das Ding hat dann halt so ein bisschen die Schwellen gepresst und ein bisschen Stabilität gegeben. Aber ja, zum Glück ging es dann halt durch. Und ich habe auch gemerkt, egal ob du so eine teure Funktionsregenjacke trägst, eine billige Regenjacke wie ich letztes Jahr oder dieses Jahr in Poncho, du schwitzt immer wie Sau. Mein Fehler war, Poncho habe ich getragen die ersten beiden Tage und dann Funktionst-T-Shirt drunter. Das habe ich halt komplett nass geschwitzt. Im Gegensatz zu Funktionsjacken oder normalen Regenjacken kommt durch den Poncho natürlich viel leichter Wind noch drunter. Und ich habe halt nicht gemerkt, wie ich stundenlang eiskalt gelaufen bin. Und innerlich fühlst du dich ja warm. Und dann ab dem dritten Tag dann halt auch mit leichter Erkältung und sowas dann auch irgendwie nach so einem Zeltaufenthalt, wo ich dann komplett zerstochen wurde und dann nachts halt übelst gefroren habe mit allen Klamotten, die ich hatte, habe ich angezogen und im Schlafsack dachte ich, fuck, mir ist kalt. Ja, aber dann, dann wurde es teuer, weil dann hat Dirk gesagt, ne, kein Zelten mehr. Hau ab, Alter. Jetzt Hostel, Bed and Breakfast oder teuer schön ins Hotel. Und dann natürlich nicht mit vorher gebucht und nicht vorher geplant. Und dann bin ich halt an so Stationen wie Orki. Nein, 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 ich mache nicht mehr. Genau. Naja, ich habe dann mir tausend Apps runtergeladen. Das Faszinierende ist, du stehst ja auch im Nirgendwo und hast 4G voll Empfang. Du denkst, wo, wo? Wie in Deutschland. Hier stehst du einfach nur mal in Berlin und hast keinen Empfang. Ja, und dann war ich halt beispielsweise, Bridge of Orki ist halt einfach so ein Ort, der besteht nur aus 5 Häusern und einem Hotel. Ein einziges Hotel. Und dann nimmst du halt das Zimmer, wenn sie eins haben, dankbar an, egal wie teuer. Und mein teuerstes Zimmer, ich in den Highlands, ich hatte keine Möglichkeit, anders irgendwas zu machen, hat knapp 200 Euro gekostet. Ein Zimmer, eine Nacht. Alter, da habe ich gedacht, fuck, ey. Ja, also so teuer habe ich ja auch noch nicht Urlaub gemacht, muss ich sagen. Und dann aber auch nicht komfortabel, also Hotel ja, aber generell ist es ja nicht, wo du sagst, was für ein Leisure-Urlaub. Aber ich habe gedacht, wenn ich das diesmal wieder abbreche, ich werde den nicht nochmal laufen. Also ich mache keine vier Anläufe. Also nächstes Mal als Race dann. Ja, genau. Das fand ich auch so krass. Ey, die sind wie Gämse an mir vorbeigelaufen. Wenn du diese ganz, also das kannte ich halt auch noch nicht, ich kannte halt diese Laufrucksäcke, aber diese ganz lightweight Dinger, die halt auch so einen Hüftgurt haben, der aber aussieht wie so ein Tuch und total groß ist und dann auch ganz breite Träger, aber die halt auch alle sehr dünn aussehen und du siehst fast durch diese Rucksäcke durch und du siehst halt immer nur so eine, eigentlich so eine Wasserpack drin. Genau, so ein Wasserpack drin und dann haben die halt dann irgendwo immer so Riegelklemmen oder irgendwas oder Liquid Energy oder so ein Zeug. Ich kenne die halt vom Triathlon ganz klassisch, diese Rucksäcke. Ja, kenne ich mich halt nicht so aus. Das fand ich faszinierend, wie die, und also richtig, was ich gedacht habe, die sahen halt ganz normal aus wie Läufer, gar nicht irgendwie so besondere Waden, weil ich dachte, du musst so viel Aufstieg machen, das ist bestimmt ein Monster. Was ich nur gedacht habe, die müssen unheimlich trainierte und belastbare Gelenke haben, weil du kommst so oft Scheiße auf, so rechts, links, irgendwas flippt hoch, Steine rutschen weg und dann beim Laufen wurde ja viel mehr in, boah, ja, das war ja mal faszinierend, wenn die an dir vorbei, also wie so, wie Legolas sind die so an dir vorbeigeflogen und du hast gesagt, Alter, willst du verarschen, ich kletter gerade hier nur fünf Meter und du so, und der, Morning. Ja, aber sonst, wunderschön, also echt richtig schön. Und leider halt Regen aus allen Richtungen und dann nicht heute mal, morgen nicht, sondern du kriegst halt fünf verschiedene Wettereindrücke so am Tag und die sind halt alle irgendwas mit Regen so, aber ja, ist schon so. Ja, hier gab es nur einen Wettereindruck. Ja, ja. Höllen heiß. Wie war es hier? Ja, es hat mich echt überrascht, als ich das gehört habe. Ja, mich auch. Ich war, weil ich dachte dann so, okay, dann wird es halt jetzt nochmal zwei Tage über 30 Grad. Aber nee, es war die ganze Woche über über 30 Grad. Also jetzt die letzte ganze Woche. Ja, und ich glaube sogar noch ein bisschen länger und halt nachts, auch so 22 bis 25 Grad. Und da hast du wahrscheinlich eh noch so diese Hitze des Tages hier. Temperatur, ja, ich habe halt heute zum ersten Mal wieder Fenster richtig alle aufreißen können, um die Luft hier einmal auszutauschen, was mir so einigermaßen gelungen ist. Aber es ist halt, es staut sich halt so extrem. Ja. Und es war halt, also die letzten Tage, Samstag, Sonntag war es auch echt, da war ich vollkommen am Ende mit meinen Kräften. Ich war jetzt Sonntagfrüh nochmal Fußball spielen, aber wirklich auch früh. Ja. Es ging halt gar nichts. Also es war so eine extreme Hitze und ich bin echt froh, dass es jetzt hoffentlich wirklich durch ist, auch für den Sommer. Also ist das nicht, wann ist offiziell am 21. ist Herbst, ne? Das heißt, wir haben noch offiziell Sommer. Das heißt ja nicht, dass wir nicht noch so einen Altweibersommer im Ende Herbst oder Anfang Oktober bekommen. Es kommt ja dann gerne nochmal so eine Sahara-Hitzewelle hier rüber. Ist das so? Das ist Oktober. Ja, so letztes Jahr war es doch auch richtig lange noch richtig heiß. Stimmt. Also da gab es echt nochmal so einen zweiten Sommer im September, Oktober. Ja, und die uns, was wir gelernt haben, wirklich akkurate Vorhersagen gelten ja nur national für drei Tage. So alles andere ist Schätzung. Es hatte sich auch mal die ganze Zeit dann verdreht, wann es abkühlt. Ach so, die... Es war, genau, als du noch in Schottland warst, hieß das, am Freitag sind dann halt 27 Grad. Und dann kühlst du das Wochenende wieder ab. Und dann stieg halt die Temperatur für den Freitag immer weiter. Aber es hieß, nee, am Samstag sind auch 33, Sonntag noch 31. Das heißt, es war wirklich kräftezehrend. Vor allem, was ich halt hasse, ist, wenn du nach Hause kommst und bei dir ist es unwesentlich kühler als draußen. Ah ja, das ist schön, ja. Ja, das war hier so los, ne? Ich habe die Katze gar nicht gehört. Du hast irgendwas geschrieben von der neuen Katze. Also, ich habe sie jetzt die letzten 200 Tage auch nicht mehr gehört, aber ich war die auch nur zu Gast. Das war eine Katze hier im geteilten Hof, die mal vorne, mal hinten raus miaut hat. Und es war immer so ein Miau. Mal vorne, mal hinten. Also, die muss halt entweder hier oder in der 16 sein. Ich glaube sogar eher bei euch. Wir wissen ja die Straße nicht. Pimmelmannstraße 16. Und die sitzt halt. Sag jetzt in die Postwärtszeit. Vorne und hinten. 99969. Oh, der Prattel, ey. Und dann immer so ein Miau. Miau. Und das war es dann auch wieder. Das klingt ja schon fast wie so ein App oder eine Hupe oder so. Weil zuerst dachte ich halt, die erste Nacht, weil es fing halt nachts an, okay, die ist irgendwie aus dem Fenster gefallen, ist im Hof. Ich hätte rausgehuckt, da war nichts. Und dann ging es halt den nächsten Tag auch weiter und auch halt mal hier vorne raus. Und dann dachte ich, okay, gut. Dann steht die halt einfach am Fenster und schreit die Welt an. Ja, das ist so recht. Das Milchmauselmann hat es ja auch öfter mal gemacht. Oder die ganzen Geister hier. Ja. Sehr schön auch bei uns. Bis Ende Oktober sollte ja diese, wir bekämpfen das Hausschwinden hier. Indem sie den Innenhof tiefer graben. Genau. Ja, wenn wir mehr Haus wieder ausgraben, dann kann mehr Haus wieder versinken. Also das finde ich ja geil. Weil es geht halt auch seitdem du weg bist so. Ja, und es sollte Oktober, Quatsch, August abgeschlossen sein. Und das sieht ja jetzt ein bisschen unabgeschlossen aus. Das ist halt einfach ein Flutgraben jetzt. Ja, weil ich auch gedacht habe, also entweder, habe ich gedacht, macht man halt einmal unten bis Fundament frei. Keine Ahnung, was man mit diesen von 1897 alten Fundamentern halt eben macht und man das föhnt. Ich meine, man kriegt das halt, glaube ich, nicht mehr Traum. Du kannst auch nicht das Fundament frei machen im Haus, in dem Leute leben. Also das alleine. Also sie haben ja halt auch nur gesagt, dass die eigentlich im Keller und sonst was wollten, die halt so einen feuchtbindenden Zement darauf klatschen und sagen, soll die Zukunft sich drum kümmern. So, also weil das nächste würde passieren, dann, wenn sich irgendwas bewegt, würdet ihr halt reißen. Und dann würde Statiker sagen, was ist denn hier los? Und dann müssten sie alle beraten. Also feuchtbindender Zement ist doch auch extrem teuer. Ja. Also unterwasserbindender Zement. Ja. Also ich habe gehört von einer Wohnungsbesitzerin, deren Anteil beläuft sich halt auf dreieinhalbtausend Euro. So. Und dann bist du halt einmal dabei, so mit einer Wohnung bei weiß nicht wie vielen Eigentümern Seitenflügel voraus und hinteraus hat. Aber das muss dann auch schon ein bisschen schockieren, wenn es dann einfach heißt von wegen, das ist hier Pflicht, das weiß nicht, ob das unter Denkmalschutz steht oder so. Auf jeden Fall muss gemacht werden. Das sind ja dann wahrscheinlich insgesamt so hunderttausend knapp, die das kostet. Und das Geile ist dann, ist ja auch einfach ein Fass ohne Boden, weil du weißt, das ist jetzt eine Maßnahme, was nur was verlangsamt. Ja, vor allem, wenn die Baufirma sagt, es kostet jetzt hunderttausend, kannst du davon ausgehen, dass es nochmal mindestens zehn Prozent teurer ist. Naja, und ich glaube auch mal, dass es nicht die Erste ist, die sie angefragt haben. Die haben bestimmt erstmal eine Renommierte gefragt, die haben gesagt, wenn wir das richtig machen, das Haus muss irgendwo in diesem Zustand bleiben. Gleichzeitig sitzen wir halt gerade auf dem Moor oder was auch immer. Ja, und ich meine, du kannst ja, die Leute wohnen halt weiter da drin. Also es ist ja nicht, dass du sagen kannst, du machst das jetzt einfach mal. Das ist ja ein komplett geschlossener Komplex. Rohbau, ja. Die haben ja auch gesagt, von wegen, ey, zum Glück hängt das hier alles aneinander. Weil wenn halt wir nicht aneinander drücken würden, dann wäre halt natürlich so ein Schwinden in so einem Feuchtgebiet wahrscheinlich viel leichter, dass es dann irgendwie sagt, okay. Wie gesagt, ich meine, bei dir haben sie es jetzt mal entdeckt. Ja. Aber du hast ja gesagt, bei dir haben sie es schon vor, weil es liegt im Frühjahr irgendwie in den Keller auch komplett. Das muss halt irgendwie sowas gewesen sein. Also einfach da mal ein bisschen Estrich drüber. Ist ja auch eigentlich total albern zu denken, dass das nur bei uns ist und nirgendwo anders. Also dieses Problem hat ja die ganze Straße hier. Deswegen ist es halt auch so. Und die nächste. Und ich glaube also wahrscheinlich alle Straßen hier, die so dicht am Wasser liegen. Deswegen frage ich mich halt ja eh, was dann halt früher oder später passiert und was dann halt so jemand wie dein Nachbar, der sich halt für vier Millionen da halt seine Golfanlage da oben drauf geschraubt hat, was der dann halt zahlen muss. Weil der hat ja dann wahrscheinlich auch den größten Anteil des Hauses als Eigentümer. Ich würde sagen, das wird noch richtig problematisch, wenn du halt sagst, ja, das Dachgeschoss wurde aufgesetzt und seitdem stimmt die Statik des Hauses nicht mehr. Ja, weil es ein bisschen schwieriger geworden ist. Ja, was ja durchaus eine plausible Argumentation ist, weil dann zahlst du es halt alleine. Und nicht für das Haus hier, sondern für wahrscheinlich dieses Komplex-Ding. Ja, also ich meine, und das ist bei euch ja auch schon vor längerer Zeit geschehen, dass das Dachgeschoss ausgebaut wurde. Ja. Und das wirft halt schon die Statik durch. Ich meine, das kannst du halt bei dem Bau, der aus Backstein auf Sumpf gebaut ist, weiß ich halt nicht, ob das sinnvoll ist, da noch, ich meine, das ist ja nicht nur ein Stockwerk, das sind ja anderthalb Stockwerke in der Regel, die sie draufsetzen. Dass du halt ohne Probleme anderthalb Stockwerke aufstocken kannst. Ja, aber irgendwie so ein betrunkener Statiker hat das ja abgesegt und das muss ja auch die Stadt absegnen. Ich weiß halt nicht, ob die nicht einfach sagen, naja, das machen wir beim Altbau immer so. Das passt halt auf einen normalen Altbau, der sicher im Boden steht. Wie es hier im Keller aussieht, spielt dafür nicht so eine Rolle. Aber die Häuser, die Altbauhäuser sind ja fast alle die gleiche Zeit. Das heißt, irgendwann haben die alle das gleiche Problem. Irgendwann muss ja ganz Berlin hier dastehen und denken, hui, hui, hui. Also generell, ich meine, du hast doch, wenn du Ende des 19. Jahrhunderts ein Haus gebaut hast, hast du da nicht darauf gedacht, das muss aber in 150 Jahren noch stehen. Ja. Also da hat ja keiner dran gedacht, das ist ja nicht so wie im Römischen Reich, wo man noch Vulkanerde im Beton benutzt hat, weswegen die Bauten halt bis heute noch erhalten sind. Okay. Das sind halt Backsteine und Holz. Also es ist halt Holz in den Zwischenetagen. Ja, und jetzt, wo man halt so krass lange bauen könnte, haben wir halt Häuser, die halt dann in 50 Jahren alt sind. Da heißt es, nee, weg, hier kommt nochmal was richtig Ordentliches hin. Und du denkst, Alter, wie kannst du denn hier mal alles wegreißen, nur weil es einfach dir gerade nicht… Wie in den USA, wo sich ständig die Footballstadien einreißen und sprengen. Ist das so? Mhm. Und bauen dann halt eine neue Arena dahin für noch mehr Geld. Hä, wie eine bestehende, also wird es immer größer oder was? Ein bestehendes, normales Stadion, das funktioniert, wird gesprengt und dann bauen sie da was Neues hin. Ein neues Stadion. Wahnsinn. Ich meine, teilweise auch dadurch bedingt, dass es in den USA ja durchaus üblich ist, dass die Vereine umziehen können. Total Ressourcen schon, bestimmt. Ich meine, also A, ist das natürlich dumm, B, finde ich, ist auch aus sportlicher Perspektive, dass dein Verein einfach umziehen kann in eine andere Stadt. Also die Laker sind ja auch keine LA-Mannschaft zum Beispiel ursprünglich. Die LA-Wandergruppe. Ja, ich meine, wie viele Lakes gibt es in LA? Ja. Ähm, und die Oakland Raiders gehören jetzt, glaube ich, Las Vegas? Oh ja, da ist ja auch sehr viel Oakland. Ja, ich meine, die heißen halt jetzt Las Vegas Raiders, aber es ist halt auch so, also ich meine, du bist halt Fan von einer Mannschaft und die zieht um. Ja. Also ich meine, dann nicht mehr Werder Bremen, dann hast du plötzlich Werder Köln, weil Köln gesagt hat, nee, wir kaufen den Verein. Die können sie ja leisten, ne? Ja. Mit ihren neuen Ginkos gegen die Hitze. Stimmt, ja. Ach, was hatte ich gerade? Fuck, egal, kommt wieder. Was hast du gesagt? Bauen, abreißen. Ich kann ja mal eine Frage stellen, wir können einfach weiter diskutieren in der Zeit. Ach so, sonst hätte ich gerade die meistgehandelte Ressource nach Wasser auf der Welt. Robbenblut. Sand. Silikon. Nee, Sand ist es wegen, also Baulöch. Genau. Das ist halt einfach so pervers, westliche Hemisphäre, als zugebaut wird. Und dann sind solche Beispiele, wie du gesagt hast, halt alles funktioniert, spreng was weg. Ich meine, das passiert ja in Deutschland zumindest nicht in dem Maße, in den USA. Das ist ja einfach üblich, auch diese Baudetonation, weil halt so viel da ständig neu gebaut wird. Von funktionalen Bauten. Aber halt auch wie Deutschland baut, ist halt einfach nicht ressourcenschonend im Vergleich. Also so dürfte der Rest nicht bauen. Das meine ich ja, wir bauen halt eigentlich so krass stabil, was halt ewig halten könnte, aber dann ist es halt einfach nicht schick und zeitgemäß und dann weg. Ich meine, es gibt halt halt auch perverse Bauten. Es gibt dann halt irgendwelche Waschbetonbauten, glaube ich, von einer LBS-Bank oder sowas in Hannover, die Monster groß sind und sieht zum Kotzen aus. Aber klar, wenn du sagst, also trotzdem würde das jetzt die nächsten 100 Jahre stehen können. Aber irgendwann wird es bestimmt jemand sagen, Alter. Also die Frage, du kannst ja dann so massive Bauten auch innen. Ich glaube nicht, ich glaube, du bist ja ohne angekommen. Willst du ein Glas und was mit Kohlensäure oder was ohne Kohlensäure? Ja, ich nehme ein Glas mit schwarzer Kohlensäure. Schwarzer ist schon ein bisschen, ich pause ja mal ganz kurz. Das perlt. Mein lieber Jolli. Ich bin echt Berliner Leitungswasser aufgesprudelt. Aber kannst du... Aber das trinkst du auf Durst? Ja. Alter, das würde mir komplett den Schlauch zerreißen. Also normales stilles Wasser löscht bei mir den Durst nicht. Das macht mich fertig. Aber also das ist ja... Das ist ja heftig, das perlt ja mehr als ein Hake. Das ist ja... Hake, das perlendste aller Biere. Oh, ein Hake mal wieder trinken, ey. Hake ist so ein... Das Leid unter den Bieren, ey. Ein Mütentoss. Es ist so eine süßige... Frühstücksbier. Ehrlich. Einzige Bier, wo der Klauselmann sagt, oh, gerade Zähne geputzt. Das ist ein leichter Mintgeschmack, ey. Das braucht es, ne? Ich habe es, glaube ich, nie gemacht, aber du fandst es immer geil. Ja, doch. Das war schon... Zähne putzen, Hotdog rein, Hake nach. Wundervoll. Ein Traum. Alleine vor dem Spiel erst mal ein Hotdog und eine Fritzle, muss ich reindrücken. Und meist dann die Fritz immer dann auf knapp... Oh, wir müssen... Los. Genau. Da war ja mein Problem. Dickrotes Gesicht, tränende Augen und du warst schon fertig. Aua! 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 Ich kann keine Grundsache... Sehe ich Salat von hier auf dem Sofa liegen in der Küche oder ist das irgendwas Grünes, was so aussieht wie Salat? Sind da Rollerblades oder Rollschuhe? Was siehst du denn da? Soll, hier sieht es aus, als ob ein Salat auf dem Sofa liegt in den Nebenpaar alter Rollschuhe. Gelb-Rot. Das halte ich ja für ein Gerücht. Ich weiß es nicht, also überraschen würde es mich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt hier nicht, dass man denkt, was, niemals. Guck dir mal die Avocado an, was die für ein Monsterblatt bekommen hat. Richtig geil, ey. Wie eine kleine Palme. Mein Pflanzen... Was? Beim Pflanzen... Also ich darf dir das ein Zeichen geben. Beim Pflanzenwässerungssystem da hat... Ja, das stimmt, ja. ...teilweise bedingt funktioniert. Also was ich geil fand, dass die ganzen Chilis überlebt haben, weil ich dachte, oh scheiße. Einmal mit Gefäß daneben und einfach nur eine Kordel reingelegt, so, dass ein bisschen Wasser zieht, Kapillarwirkung. Das andere dann einfach nur in Waschbecken, schön viel Wasser. Und da haben die richtig gesoffen. Was ein bisschen schwierig war, war halt einfach Wasserflasche und zwei Löcher umgedreht reingestellt. Eigentlich normalerweise, ich habe es einmal getestet mit oben, Lochreif. Da ist ja einmal so anderthalb Liter vor meinen Augen verschwunden, weil es einfach durchzieht. Das ist, nein, jetzt habe ich die alle ertränkt, ertrunken. Ja, und dann habe ich es halt nicht gemacht. Und was passiert durch den Unterdrück, dass die Flasche sich so ein bisschen, als wenn da halt so eine magische Kraft drauf einwirkt. Aber nicht so geil wie in den Videos. Ich weiß nicht, ob ich den Kopf halt zu sehr eingedrückt habe, dass es nicht quasi Tröpfchen raus konnte. Aber es war halt dann so, dass die Pflanze schon gesagt hat, ich brauche es, aber die Hälfte des Wassers ging nicht raus. Also die war dann auch teilweise trocken. Aber alles überlebt sonst. Alles überlebt. Zehn Tage kann man schon machen. Aber gut, was hattest du denn? Also die Chili, die aber auch nicht so viel Wasser brauchen, so viel trinken. Mittlerweile, weil die halt so wenig Platz haben und Monsterblätter haben, saufen die echt schon, merkst du? Ja, da habe ich halt eins, zwei, drei in einem Pott ja, die versuche ich jetzt ja heute zu trennen. Dann zwei separate, also fünf Chilis. Dann den großen Benjamin. Da konnte ich ja zum Glück vorgießen. Die hat ja großen Speicher. Dann diese beiden Jucca-Palm-Dinger da aus, aus einen von Lidl, einen von Ikea, der schon uralt ist. Und dann halt den Efeu. Ah, ja gut, ja gut. Und Minze. Und Minze hat auch überlebt. Also alles überlebt. Bin ich sehr froh. Ich habe die Erdbeere bei mir drüben auf dem Fenster. Ah, genau, was mit der passiert? Damit die halt richtig viel Sonne tanken, dann die braucht ja Wasser. Mein lieber Herr Kokoschinski. Also wirklich, die lässt dir dann auch sofort die Blätter hängen, wenn sie nicht genug Wasser hat. Ja. Aber sofort, also wie eine Sonnenblume, die ja auch so, wenn die einen Tag mal nicht gegossen wird, sich dem Boden entgegen neigt, wie so eine jammernde Katze. Und dann kannst du sie wieder aufgießen, dann geht es ja wieder blendend. Aber das machen die Chilis auch. Das hatte ich einmal, da habe ich eine vergessen. Und dann sind die richtig, dass die Blätter, diese mittlerweile bei mir auch handgroß, und dass die halt sich komplett eindrehen und so denkst, okay, scheiße, ich habe das verkackt. Und dann Wasser draufgekommen. Zwei Stunden später, das ist ja geil. Ja, meines Recht, also die Größte ist halt immer noch recht klein. Ja, aber die sehen immer noch gut aus. Ja, ja, ja. Also ich meine, die Kiwis, die kommen bei mir langsam ganz gut. Also die, die da unter der Plastiktüte in diesem gebastelten Gewächshaus stehen, die werden immer größer. Aber ich meine, die Dietmar, ne? Ne, Detlef. Detlef gezogen hat. Das sind ja nur Pflanzen, oder hat der wirklich irgendwann Früchte an den Dingern gehabt? Ich weiß nicht, wie der das auch immer macht. Wie, der hat der Früchte? Ja, der hat auch Chilis dran gehabt, ja. Ne, ich meine, bei den, bei Kiwis. Ach so, ne, ich glaube nicht. Weil das müssten ja das doch, was ist ein Kiwi, ein Baum oder ein Strauch, oder? Ein kleiner Strauch eher. Echt? Okay. Und die rankt sich dann auch so ein bisschen hoch. Also man kann die in so eine Rankgitter geben, dann ziehen die sich wie Efer oder wilder Wein irgendwo lang. Die haben auch so leicht rötliche Blätter, also das ist schon normal, dass die nicht so ganz grün sind, wenn die größer sind. Aber bei ihm dauert das ja irgendwie so fünf Wochen, dann hat er halt so eine achtbeachtliche Pflanze. Aber der tunt doch alle Pflanzen, ne? Der gießt doch überall immer irgendwelche Puster rein. Ich weiß nicht, ob das dieses Osmose-Wasser ist oder der Dünger. Ich habe einmal geschaut. Er misst ja dann auch mal einen Mikrosiemens. Wie viele Nährstoffe die bekommen? Alter, er macht das richtig high-end, oder was? Und in Berlin ist das Wasser schon so Mikrosiemens-haltig. Also das ist schon so Salz- und Mineralstoff-haltig. Du düngst mit jedem Gießen mit. Ja, ja, ist halt ein ordentlicher Kalkgehalt. Also Kalk zum Magnesium. Genau, und zwar mehr als in den meisten Düngern auf reines Wasser empfohlen wird. Echt? Ja. Okay, krass. Ich glaube, er sagt ja immer so, er macht immer so 500 Mikrosiemens. Und ich glaube, in Kreuzberg ... Mikrosiemens ist die Einheit von Mineralien, oder was? Ich glaube, ja, Mineralien pro Liter wahrscheinlich. Okay. Mikrosiemens. Und in Kreuzberg hat das Wasser 750. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wow sagen soll, oder ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß ja auch nicht. Ich meine, schlecht kann es ja nicht sein. Man sagt ja aus Berlin, Wasser ist auch so gut für den Menschen. Und die Pflanzen, denen geht es ja auch blendend hier. Ja, ich habe mir noch diese Glücksfeder geholt. Ach, das sind diese, der Fahnen da, oder was? Nee, die große da an der Ecke. Ach, die so ... Genau. Und die war in so einem ganz kleinen Plastiktopf, der schon verbogen war von den Wurzeln und Knollen. Und ich habe die nicht rausbekommen. Krass. Also ich habe versucht, die rauszuziehen, aber ich habe einen Stängel abgerissen. Oh. Den habe ich jetzt ins Wasser gestellt, in der Hoffnung, dass der noch bewurzelt, was wohl wahrscheinlich ist. Ja, hat Dietmar gesagt, äh, Detlef. Ich habe auch noch nachgeschaut, das ist wohl nicht so kritisch. Obwohl die sind alle mit Blättern vermehrt, einfach die Blätter in die Erde gesteckt. Man sieht die Blätter auch noch teilweise an der. Ja. Und ich musste die rausschneiden aus dem Tauf. Das ist meine Frage. Ich habe ja die ... Ich habe ja drei Chilis in so eine Tupperbox. Also eigentlich viel zu eng. Ja. Und da, wenn ich anhebe, weil ja Tupperbox ist, sehe ich halt drinnen, dass die Wurzel schon miau, miau, schon mehrfach im Kreis und überall. Und da habe ich gedacht, ich will die halt trennen. Und die sind ja mit Sicherheit alle ineinander verhaken. Du kannst halt versuchen, die einfach in einen Eimer mit Wasser zu machen und freizuschütteln. Und das geht? Ja. Weil sich denn die Wurzeln ein bisschen wabbeliger sind und dann, oder was? Nee, weil die in der Erde halt verhakt sind. Und wenn die halt ... Ach so, ich dachte, die wären ineinander verhakt. Ja, aber die hängen ja nur so faserig runter. Ich glaube, die hat relativ weiche Wurzeln. Naja, die sind ja nicht runter, weil es halt nicht so tiefe sind. Die sind halt alle im Kreis und das sieht aus wie eine ... Ich glaube, wenn du es in Wasser machst und die so ein bisschen freispülst, vielleicht auch unterfließt, also erst mal irgendwie ausdrückst und die Erde löst und die so ein bisschen freischüttelst und dann unterfließendem Wasser freispülst, das könnte schon klappen. Also es kann sein, dass du ein bisschen mit der Nagelschere oder so nachschneiden sagen, nämlich wenn, dann eher schneiden anstatt ziehen. Ja, ja, eher schneiden. Okay. Aber das tragen, halten die aus? Na, du musst halt dann entsprechend auch Blätter entfernen, wenn du Wurzeln entfernst. Echt? Ja, über die Blätter verdunstet ja das Wasser, wenn sie weniger Wasser aufnehmen können. Ja. Dann musst du halt so ein, zwei Blätter abschneiden. Dann schneidest du halt so ein bisschen an der Krone rum. Schneide ich von oben oder von unten? Ich weiß nicht, wie es bei den Chilis sind. Aber oben ist halt die oberste Dinger, da sind ja jetzt gerade die Chilis dran. Das ist aber nur bei einer, oder? Ja, ja, nur bei einer. Der größten halt natürlich, der stärksten. Versuchen wir das irgendwie so mit den Wurzeln da rauszubekommen. Ansonsten kannst du sie halt am Anfang auch einfach erstmal krass gießen. Krass. Krass gießen. Ansage ich, krass gießen. Dass sie ein bisschen mehr, dass die Luftfeuchtigkeit eher drin bleibt. Ja, aber eigentlich normalerweise, irgendwie Detlef macht es halt auch immer so, wenn er die Wurzeln schneidet, schneidet da oben halt auch ein paar Blätter. Ja. Klingt ja auch plausibel. Ja. Ich habe auch gedacht, jetzt der nächste, sofern Trieb, es sieht nicht aus, als ob einer raus will, aber sofern dann noch ein Trieb kommen würde, sollte ich den kappen, damit die Energie in die Chilis geht. Ich glaube ja, wenn du die Früchte haben willst und keinen großen Baum. Ja, ich will ja, das ist ja der Gag, wenn ich mir vorstelle, dass ich 450.000 Scoville-Chilis habe, die ich schon beim Anfassen dummerweise mir, ja, dann an Hering und dann die 1 ans 0. Oh mein Gott, bring sie Quark mit, Quark, bitte, oh Gott. Schön, jetzt mal den Lübbel in Sonnenmilch halten. In Sonnenmilch halten, ja. Nee, also ich meine, klingt ja auch plausibel und ich hatte es jetzt auch mal so, ich habe mal ein paar von den Granatäpfeln, als ich die getrennt habe, die sind halt teilweise auch, die haben gar nicht so breite Wurzeln, weil die wachsen halt unten aus dem Topf raus. Ja. Was halt ätzend ist, um die umzutopfen. Ja. Wenn die halt durch die Löcher im Topf wachsen und dann muss sich die halt so ein bisschen rauszupfen und dann haben die halt auch sofort den Kopf hängen lassen, weil die halt nicht mehr genug Wasser hatten, dann habe ich sie halt einfach in der Mitte mal gekappt. Und dann treiben die auch mal aus. Das ist jetzt auch nicht so problematisch bei denen. Also die sind auch, in der Küche habe ich noch zwei, die sind halt irgendwie so umgekürzt, halt so lange Stängel. Simone hat jetzt ihre ersten Balkonkartoffeln und Mürren geerntet. Das ist voll krass. Ich hatte ja, als ich hier Kartoffeln eingepflanzt habe, die hatten ja auch schon Knollen gebildet. Echt? Ja. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Die sollen ja übelst lange wachsen und dann irgendwann blühen die und dann soll man die aufhören zu gießen, wenn die blühen und dann kannst du die dann irgendwann ernten. Irgendwie sowas. Also ich hatte aber auch schon Babykartoffeln dran. Geil. Und hier halt auf dem Fensterbrett. Also es geht offensichtlich auch in der Wohnung, halt hier am dunklen Fenster, also nicht am hellen. Ja, ja. Und wenn du halt wirklich Kartoffeln haben willst, musst du halt, glaube ich, einfach viel Fläche. Ja, oder halt so diese Kübel. Also Mürre war ganz geil, weil sie so eine Art Kübelding hat und dann können die halt schön in die Tiefe schießen. Na gut, das geht halt nur auf dem Balkon. Wie der Buff Dude. Also der Buff Papa, wie heißt er denn? Buff Dad. Buff Dad. Hast du den mal auf Instagram gesehen? Gefolgt? Also ich habe total gefreut, weil der ist ja, glaube ich, so ein Farmer-Typ und er hat halt eine Mürre rausgezogen und die hat halt so, sieht aus wie zwei Beine und ein Pimmel. Und dann meint sie, I can't stop laughing und seine Frau meint, er fällt sich die ganze Zeit wie so ein Achtjähriger. Und er wurde ja letztens 62 und dann eins der aktuellsten Buff Tools Bilder ist ja die Söhne und er oben ohne. Und er ist krass trainiert, er hat ja auch ein Sixpack und sowas und 62 und die mit schön verarscht sind, vorbeigefahren mit einem Kuchen, wo dann Fett draufsteht, 75. Fand ich ganz süß. Ja, aber für 62 habe ich gedacht, krasser Typ. Und der ist halt noch alberner als die Buff Dudes, weil der halt nicht so der Corki-Typ ist. Die sind ja immer von wegen, guck mal, wir sehen geil aus und so. Und der ist ja nur, ich habe Spaß. Ja, der hat ja auch irgendwie seine Farm da mit der Riesenhütte draußen. Die haben ja auch da mal bei ihm mit einem Gabelstapler, glaube ich, eine Langhantel kaputt gemacht. Ah ja, stimmt. Zu sehen, wie viel denn so eine olympische Hantel oder was die hält. Also als Mensch kriegst du die im Leben nicht kaputt. Ja, aber was die halt auch für eine Biegung. Aber gut, wenn du halt so Leute siehst, die einfach nur stemmen, ist nur aufstehen. Oder ist das schon, wenn ich die hier hochziehe, ist das schon reißen oder was? Weil reißen dachte ich wäre bis hier und stoßen bis hier oder was? Ist reißen nicht auch mit? Ich glaube, der Unterschied ist eher zwischen reißen und stoßen, ob du es hier fängst und dann hochdrückst oder ob du es über den Kopf ziehst und dann fixierst. Ah, okay. Also ich weiß, eine der Übungen davon ist mit Kurzhantel auch in irgendeinem Trainingsprogramm enthalten. Du kannst ja das ja stoßen, würde ich auch sagen. Und du reißen es dann komplett. Ja, ich habe in einem der Trainingsprogramme von der Nike-App ist das auch enthalten. Halt mit einer Kurzhantel und einem Arm. Aber das für die Technik ist es ganz geil. Also wirklich die am langen Arm hochzunehmen und dann halt so in den Squat runter, dich runterfallen zu lassen, damit du die halt am langen Arm fangen kannst und dann aufzustehen. Hat schon was. Das ist halt keine krasse Gewichtsübung, weil du das halt zu Hause nicht sicher, vor allem mit einer Hand und einer Handel, machen kannst, ohne halt dich und den Boden zu gefährden. Naja, hier ist es, glaube ich, egal. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann, wenn du rausgehst, wird hier nichts drinne bleiben. Also die nehmen mit Sicherheit alles von den Wänden und alles vom Boden, was da ist. Die Türen lassen sie vielleicht drin drin überhaupt. 90 wurde das saniert hier. Echt? Okay, vom Laminat könnte man ja auch sagen, ein bisschen 90er-Style. Ja, aber ich meine, dafür ist es noch einigermaßen gut in Schuss, wenn du jetzt auch 25 Jahre. Du hast gesagt, du bist jetzt auch gekauft worden, ne? Ja, ja, ja. Endlich. Aber, also, bezahlst du denn jetzt mehr oder was? Macht er 10%? Nee, das darfst du ja nicht. 10% darf der Null? Der Mietendeckel. Ich dachte, 10% darf man. Nee. Nee, die Mieten in Berlin sind jetzt gedeckelt. Die Mieten dürfen nicht mehr erhöht werden. Seit wann ist das? Für die nächsten paar Jahre. Aber sind, was gilt mit… Paar Monaten. Und was ist mit den bestehenden? Also, so wie bei mir steht der drauf, von wegen laut Mietvertrag. Ja, aber bei dir ist es, also, ich weiß nicht, ob es bei Staffel-Mietverträgen anders ist, aber bei dir ist es auch so, dass nur die Nebenkosten erhöht werden, was ja sowieso dumm ist. Ja, das kann er machen, das bekommst du ja wieder. Also, das darf es, es darf die Kaltmiete halt nicht erhöht werden. Das heißt, auch wenn es drinstehen würde, müsste ich es nicht zahlen und er sagt, hallo, und dann sage ich ja, was denn? Ja, genau. Also, ich meine, was heißt drinstehen? Die Kaltmiete darf ja erhöht werden in gewissem Maße. Aber du hast ja gerade gesagt, nein, darf nicht. Ja, also, ich meine, normalerweise. Ich habe das Gesetz nicht mitgekriegt. Ja, jetzt hatte ich mir, die Mieten für Privatimmobilien, also für Mietwohnungen sind gedeckelt. So wie sie jetzt sind, bleiben sie die nächsten Jahre. Und das ist beschlossen? Das ist jetzt nicht irgendwie erstmal so ein Vorschlag gewesen? Das ist beschlossen, CDU und FDP gehen vor das Bundesverfassungsgericht damit. Das ist der freie Markt und dann baut er kein Internet wie alles und die ganzen armen Vermieter, die können sich keinen Strittwagen mehr leisten. Also, wer hat das dann beschlossen? Die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin, also der Senat. Okay. Das ist für Berlin beschlossen. Okay. Ist das das einzige Bundesland, wo es, also Vorreiter, das heißt mit Sicherheit gibt es ein paar Länder, Bundesländer, die sagen. Also, für die Stadtstaaten ist es, glaube ich, durchaus relevant. Okay. Das als Vorbild zu nehmen, wenn das jetzt vom Bundesverfassungsgericht Bestand hat. Es sieht wohl so aus, als ob es durchkommt. Also, ein Bundesverfassungsrichter hat das schon beschlossen, da ging das halt ran. Also, Kläger war halt irgendwie der Verband der Großgrundbesitzer und Lehnsherren und der hat halt vom Bundesverfassungsgericht geklagt. Das geht nicht, weil Privateigentum etc. Und der Verfassungsrichter meinte, nein, die Landesregierungen haben das Recht, den Wohnraum zu steuern, politisch. Und das politisch zu kontrollieren und das Instrument fällt da rein. Punkt. Ist ja geil. Da muss ich ja meinen Mietvertrag mal gucken. Also, wenn das wirklich nur dann die Nebenkosten sind, dann ist ja alles okay. Aber wenn der halt dann auch sagt, dass die … Ich weiß halt nicht, wenn du es als Vertrag unterschrieben hast, ob es dann auch gilt für einen Strafverfassungsgericht. Ja, aber ich bin natürlich in einem Zustand unterschrieben, in dem es dieses Gesetz nicht gab. Ja. Also, ich meine, du kannst schauen, kannst dich informieren. Da wird es ja auch im Netz was zu geben. Du wärst ja dann nicht der Einzige, der Strafvermietvertrag hat. Beim Mieterschutzbund oder sowas ganz klassisch anfragen. Genau. Und das gilt halt auch, wenn eine Wohnung neu vermietet wird. Und deswegen zum ersten Mal seit Jahren trauen sich Leute wieder umzuziehen. Aber was hat denn derjenige davon, arschteuer deine Wohnung zu kaufen, kann erstmal nicht einziehen und verdient dann Null mit. Und der will auch nicht einziehen, weil dem gehören hier noch zwei andere Wohnungen. Ne, drei andere Wohnungen im Haus, unter anderem Jörns. Ja, aber der hat davon nichts. Ja. Was du an Miete jetzt zahlst und der kann es nicht erhöhen, das ist doch … Ja. Ewig hat er nichts davon. Ja, natürlich nicht. Also, seine Kindeskinder haben vielleicht etwas davon. Ja, klar hat er nichts davon, außer einem passiven Einkommen. Aber das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Der meinte auch, die Maklerinnen waren halt hier und haben mir eine neue Wohnung gezeigt und der war halt schon davor auch mal da gewesen und meinte, ja, okay, dann würde ich die kaufen und dann frage ich meinen Vater mal, ob ich mir das Geld geben kann. Der ist 30 und war noch nicht im Stimmbuch. Ja. Aber was hat er denn davon? Das verstehe ich nicht. Ja, nein, passives Einkommen. Er hat halt jetzt … Ja, aber das ist doch … Er hat halt vier Wohnungen hier und bekommt halt jeden Monat zwei, fünf davon. Ja, natürlich. Ja, aber er bekommt es ja in dem Sinne nicht, wenn er halt vorher, keine Ahnung, wie viel ausgegeben hat für diese beiden Wohnungen. Ja, eine Million wahrscheinlich insgesamt für vier. Für vier Wohnungen eine Million sicherlich. Ja, da kannst du doch nicht sagen, ja, hab ich ja, war richtig klug. Ja, wir können das nicht sagen, weil wir rechnen können. Aber nur weil du reich bist, heißt das ja nicht, dass du klug bist. Also ich meine, klar kannst du das Geld auch in Immobilien, in Aktien anlegen, hast da eine höhere Rendite. Nur nicht mal spekulieren, sondern so eine ganz stabilen Monsteraktion, die sich … Ja, natürlich, natürlich. Und das dann halt streuen auf die großen Dinger, die sich nicht großartig bewegen, aber wo du sagst … Ja, und du streust es halt breit, dass du sagst, du hast halt irgendwie Apple und Nike und Siemens und VW und Microsoft und alle Firmen, die einfach nur solide ihre Arbeit machen, die nichts Spannendes machen und die nicht großartig spekulieren, sondern die einfach nur im Rahmen normaler Wertsteigerung fünf bis sechs Prozent im Jahr durchschnittlich zulegen. Ja, was massiv mehr als … Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das sind 50.000 im Jahr. Das ist halt halbernd. Ja, gut. Weiß ich nicht. Wahnsinn, ey. Ja, also ich meine, aber dann wird es halt schwer, mit vier Wohnungen zu sagen, nee, für die habe ich Eigenbedarf. Das ist ein Vorteil. Okay. Ich meine, auf abgesehen, das ist halt eh noch zehn Jahre so mega relevant, das ist auch nicht. Aber der kam halt rein, der meinte auch, der will halt einfach, dass Leute daran wohnen, weil der will sich halt nicht drum kümmern. Ja, das waren ja die meisten … Ja, naja, aber ich meine, aber das ist halt … Nee, aber ich meine, du kannst ja auch sagen, ich will die Wohnung teuer sanieren und dann halt mehr Geld rausschlagen. Der hat halt echt keinen Bock, sich darum zu kümmern. Mhm. Was halt einfach ein Vorteil ist, weil … Ja. Dann fallen halt so fiese Taktiken, wie ich saniere jetzt mal sechs Monate lang das Bad und du ziehst eine kleinere Wohnung um für eine Zeit und so, fällt er dann aus und er hat … Also er hat auch extra gefragt, muss irgendwas gemacht werden? Ja. Hier, also gibt es irgendwas, was ansteht als Reparation? Hast du gesagt, deine Mutter muss gemacht werden? Ja, nice. Nee, ich meine, das ist das Einzige, was halt irgendwie mal ansteht, ist halt der Durchlauferhitze am Bad. Ach, ja, du hast einen Durchlauferhitze? Das ist Fernwärme hier. Nee, Durchlauferhitze. Geil. Was hast du da in Strom? Ach nee, du duschst ja gar nicht warm. Aber schon verhältnismäßig viel halt, deswegen. Also ich meine, auch für die Küche, ne, sind halt beides Durchlauferhitze. Ich sehe überall Durchlauferhitze am Haut? Arme Menschen. Also wenn du neun hast, ist es auch gar nicht so unpraktisch, aber die alten sind halt ein Scheiß. Die neun haben eine gute Energiekurve oder was? Ja, genau. Hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. Und halt sind viel besser justierbar. Ja. Und der ist halt einfach so, das geht halt nur kochend heiß oder eiskalt. Dazwischen ist, also selbst mit einer Mischbatterie, die ich ja irgendwann eingebaut habe, sowohl für Specken als auch für Dusche, hast du halt nur so ein grobes Steuerinstrument an der Hand. Also kannst du dir einen Tee holen oder? Ja. Also Dortmund duscht dir gerne, als ob sie Nudeln kocht. Ja, dann passt es ja. Boah, meine Epidermis, hasse ich doch, ich geh mal duschen. Ah, kommt wie ein Krebs raus. Überall hängen auch so Hautlappen runter. Ja, ich meine, aber das und ansonsten muss ja hier nichts dringend gemacht werden. Nein. Naja, ich meine, was willst du machen? Ja, du kannst den Boden austauschen. Nee, also das ist ja das Gute. Oder die Tapete. Weil du sagst von wegen, du kannst damit leben und er sagt von wegen, ist ja nicht, dass du dann ausziehst und jemand sagt dann, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Sagst du ja, weißt du mir das mal nach, dass ich das war? Ja, oder es ist einfach die letzten 20, 40 Jahre. Ich meine, dafür ist es halt 25 Jahre hier. Dafür ist der Boden noch einigermaßen intakt. Voll. Und dafür, dass du diese ganzen Handeldinger nicht, habe ich gedacht, dass du dir nicht mal so ein Gummiquadrat kaufst. Weißt du, wo dann halt auch ein paar. Im Puzzlemuster, dass die ineinander verhaken. Ja. So eine kleine Ecke und dann könnte man. Wie halt eigentlich für den ganzen Boden hier geil, auch für die Golfabende. Ja. Fällt man auch viel weicher vom Sofa. Ja, da kannst du aber zwei von hinlegen. Philipp würde, glaube ich, instinktiv sofort seine Muskelkraft lösen und sich so, wow, das ist ja, wow. Und liegt hier wie eine Robbe den ganzen Abend nur rum. Nee, was, also genau, jetzt ist das halt weg. Und jetzt habe ich halt so ein paar Umbaupläne, was ich noch streichen wollte oder so. Umbau? Erzähl. Die Kammer, dass halt ein bisschen mehr Regalraum in die Kammer kommt und das Gästebett quasi Also quasi auch die Höhe des Raums ausnutzen. Genau, das Gästebett wird dann quasi ein Hochbett. Und gleichzeitig wahrscheinlich auch so ein Equipmentlager, oder? Weil du hast ja so viel Zeug, dass du sagst. Genau, und das Bett kommt halt einfach so eine Regalfläche auf die eine Seite. Und wahrscheinlich eine Airbnb-Wohnung ist das dann, ne? Da haben wir ja wenig Bock drauf, aber ich meine, wenn Peter hier dann da ist, dann ist halt der Rest der Kammer frei und die Sachen sind halt ein bisschen sortierter da. Und man kann immer hoch ins Bett gehen, ohne dass halt da oben gerade, keine Ahnung, fünf Koffer-Werkzeug-Equipment. Ja, genau, weil das ist dann halt schön unten aus dem Weg. Und du kannst halt dann, ich bin auch so ein bisschen am Überlegen, also es werden dann halt so zwei Bögen, die das Bett halten. Und so eine quere Versteifung. Aber eigentlich bei dieser kleinen brauchst du doch eigentlich nur, die Wände sind doch massiv, oder ist das eine Trockenbauwand? Nicht, auf der einen Seite ist es ein Kamin. Ja, das wäre ja stabil dann. Ja, der alte Backstein. Nee, ich will halt schon einfach die Säulen haben und dann, ja, natürlich so in die Richtung versteift es sich halt einfach mit den Wänden. Ja, das Gute ist echt, ne? Du brauchst halt, du hast halt dann deine Vierfüße, keine Ahnung, und dann Winkel an der Wand, du bist ja komplett stabil da. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, halt diese Querversteifung, dass es halt da nicht wackeln kann unten die Füße. Und wie hoch soll das sein, dass man drunter gehen kann? Zwei, bündig mit der Türkante, das sind so ungefähr zwei Meter. Ah, okay, das ist ja gut. Dann kannst du ja aufricht da reingehen und unter das Bett gehen. Ja, genau. Und du hast dann halt immer noch oben mit Matratze und so wahrscheinlich so 80 Zentimeter Spiel. Ja. Also als ob du in so eine Koje kletterst. Ja, passt auf. Ja, eben. Und ich muss halt nochmal überlegen, wie man dann hochkommt. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Ja, da gibt es ja total geile Ideen, wenn ich an Teilnehmer und Sachen... Ich würde halt eigentlich das gerne mit Klettergriffen. Genau, so. Habe ich halt gedacht, wenn du platz sparen willst, da habe ich das auch schon gesehen, dass die halt einfach eine, also eine Holzwand an der Trockenbauwand herangenagelt haben und dann teilweise auch nur die gefräst, was dir halt dann auch gar nichts mit ranschraubst, sondern du hast dann schon in der Wand das drin. Es sind ja auch, weil die insgesamt noch 90 Zentimeter hat, kannst du die Klettergriffe ja auch einfach links und rechts dann an die Pfosten machen, dass du dich halt einfach da dann hochkraxelst und dann kommt halt oben noch ein Brett hin, dass die Matratze nicht rausrutscht zu der Seite. Genau, das ist dann halt so der Bebauungsplan für die Kammer. Ja, geil. Und was ist hier? Diese Schubladendinger sind immer noch im Flur. Ja, das Sofa steht auch immer noch da. Ach, stimmt. Also ich meine, ich kann halt das nicht aufbauen, bis das nicht weg ist. Und du hast jetzt nicht einen von den Plänen, die wir besprochen haben, umgesetzt, dass wir gesagt haben, okay, Phase 1. Nee, ich habe mit Peter mal geredet, aber er war dann jetzt doch nicht da. Ja, kann ja sein, der klassische, was wir sonst immer machen wie im Knast, dass du halt dann immer versuchst, ein bisschen erdreich beim Hofgang wegzusetzen. Ja, ich meine, so wird es dann halt letztendlich sein. Jede Lehne schmeiße ich halt einmal in eine große Mülltüte, die Rückenlehne zweimal in eine große Mülltüte. Und gerade bei uns, ich meine, im Bau-Container verschwindet gerne mal. Ja, also wie gesagt, ich meine, die Lehne, jede Seitenlehne, wenn ich die einmal runterbreche, passt die locker in eine Mülltüte, eine normale. Ist eigentlich noch die Kiste Bier drunter? Zwei Kästen Bier. Ja. Was waren das damals? Becks wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ja. Ja, gut, ich meine, das sind halt Bierkästen. Boah, stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn da noch ein Bier drunter wäre. Jetzt schön gammlig die Hefe gegoren. Oh, jetzt schön das Hake doch. Oh, Hake aus der Flasche haben wir noch nie getrunken, oder? Ich glaube, das darf man auch gar nicht. Hake zwölf. Ja, die waren die richtiges Hake. Fanbier. Ja, naja. Nee, aber ich meine, das muss halt erst mal weg, bevor das Neue hinkommt. Das sehe ich jetzt aber nicht, wenn ich ab morgen jeden Tag auf der IFA bin. Ach, wie war dein Skype-Casting? Skype-Probe, Skype... Also, das Geile ist, es gibt noch so eine Tanz-Performance, die wir... What? Ja, es gibt für den Abend, weil es da so eine Party gibt, gibt es noch eine Tanz-Performance. Aber ihr seid doch im Haus, Figuren in Räumen. Eine House-Warming-Party. Ach so, ach so, in dieser Geschichte. Genau, das ist das Letzte, das was am Tag passiert. Und die Gäste können Alter finden. Und dann hieß es, ja, schreibt mal eure Tanz-Erfahrungen. Keine. Ja, genau. Not applicable. Applicable? Nicht anwendbar. Also, ich kann das Feld nicht ausfüllen. Und dann hieß es, ja, keine Sorge, du bekommst eine Choreo, das muss auch nicht perfekt sein. Dann habe ich mir die Choreo angesehen und es ist so eine anderthalb Minuten Tanz-Choreografie, die ich halt im Leben nicht umsetze. Also, wirklich auch so total die aufwendigen Sachen. Und es ist, also, keine Chance, dass irgendjemand von uns das einigermaßen umsetzen kann. Naja, das... Im Leben nicht. Das Gute ja daran ist, dass halt alle dann zusammen sind, oder, wenn die tanzen? Das heißt, du nimmst es als Figur von deinen anderen Leuten ab, dass du es lustig findest, dass es keiner hinkriegt und du auch nicht oder so, weil... Also, müssen wir. Also, wir machen das immer zu zweit. Aber, ähm... Es sind nicht alle, sondern immer die einzelnen Figuren tanzen? Genau, immer zwei, immer Paare. Keine Chance, dass das irgendjemand umsetzen kann. Also, im Leben nicht. Es ist halt wirklich mega aufwendig und halt so... Wie Deadmoving? Oder eins, zwei. Drei, vier. Und fallen. Und kick. Und raus. Und Position. Und kick. Und raus. Es geht halt über anderthalb Minuten so. Und habt ihr... Wir haben halt noch 15 Seiten Text. Alter. Was habt ihr denn bei dem Skype... Bei der Skype-Probe gemacht? Wir sind halt den Text durchgegangen. Achso, und den Tanz hat ein Choreograf schon aufgenommen, dass ihr das seht? Ja, genau. Das ist euer Tutorial, dass ihr das üben könnt. Hast du einen Spielpartner irgendwo mal, dass du gesagt hast, dass du mit dem das mal proben kannst? Ich treffe den nachher noch, dass wir einfach durch den Text gehen. Okay. Der Tanz wird im Leben nicht. Aber Text geht oder ist es halt heftig? Es sind halt auch, wie gesagt, so 15 Seiten nur so. Und 15 Seiten Verkaufsmaterial? Ja, schon größtenteils. Aber das geht halt alles noch. Wenn du da so ein bisschen Schwung rein bekommst, dann ist es in Ordnung. Okay. Oder du nur so die Eckpunkte hast, was wann kommt. Wir haben ja noch zwei Tage Probe. Aber... Ja. Also der Tanz wird halt... Das wird eine heftige Nummer. Also das mit dem Tanz wusste ich ja nicht, ne? Ich fahr zu... Das haben sie halt nachher auch hinzugefügt. Ich meine, macht euch keine Sorgen drum. Es ist ganz easy. Und ihr tanzt nur kurz so rein. Ja, also das wird, bin ich mir sicher, bei den Proben morgen und übermorgen grob anders. Ja, also ich meine, irgendwann muss jemand den... Erstmal wird wahrscheinlich der Status abgerufen. Das heißt, ihr macht was und dann wird dann überlegt, okay, okay, wow, das ist ja gar nichts. Also heute proben auch schon Leute. Von daher. Okay. Also diesbezüglich bin ich ja jetzt gar nicht so traurig, dass ich... Ich meine, wie gesagt, ansonsten ist es halt super easy. Aber... Ja. Ja, also ich kann da sagen, und die Zweitbesetzung ist furchtbar. Die ich hätte sein sollen. Ja. Die sind, also... Ich war, kurz zur Info, falls jemand noch zuhört, ich war im Gespräch auch für ein... Wie soll man das umschreiben, was das ist? Ein begehbares Sitcom. Ja, auf der IFA? IFA, ja, aber dabei belassen wir es jetzt mal an Infos. Ja. Genau, und die Zweitbesetzung haben wir auch. Die hatten Skype-Call alle, die unsere Rollen spielen, also... Wie ist das, wenn so eine Gruppe... Siehst du dann halt tausend? Ja, genau. Und du schaltest dann halt deine Videokamera mal aus und an, wenn du gebraucht wirst. Ja. Und Dortmund war halt im Nebenzimmer halt irgendwas gemacht. Und dann, als ich Pause hatte, kam sie halt mal rein und meinte so, die sind ja furchtbar. Und sie hat das halt durch den Flur gehört. Was macht die denn furchtbar? Hallo, ich rede wie ein Roboter. Ich habe noch nie ein Wort gehört. Okay. Also die sind halt echt... Die sprechen halt kein Englisch. Also ganz furchtbar. Und dann dachte ich, okay... Also sind das Deutsche oder sind das... Genau, und dann dachte ich halt so, ja, okay, dann ist das halt auf Englisch nicht... Haben die auf Englisch gesprochen? Ja, genau. Wir hatten halt auf einmal einen Durchlauf auf Englisch und einmal auf Deutsch. Dann haben die gesagt, hey, I'm sorry, but... Yes, how about you? How do you feel? Und dann dachte ich so, ja, okay, vielleicht ist das einfach auf Englisch. Und dann war der Durchlauf Deutsch. Wie geht es dir? Also was ist denn da die Muttersprache? Das klingt ja auch irgendwie... Also die sind schon Deutsche, normal, aber die sind halt Brote. Ja. Naja. Ja, faszinierend. Ja, also vielleicht wird es ja besser. Vielleicht haben sie auch zum ersten Mal einen Text gelesen. Weiß ich nicht, ne? Naja. Nee, und da werde ich halt ab morgen eingezogen. Und wie lange dann? Bis zum Elften. Ab morgen bis zum Elften? Ja. Und, äh... Das müsste nächster Mittwoch sein oder so. Nächster Dienstag. Ah, okay. Und, äh... Und von wann bis wann bist du denn immer da? Acht bis 18 Uhr, grob. Das ist ordentlich, ne? Also das heißt, du paust dann da durch? Ja, ich hab... Also wir haben ja eine halbe Stunde auf der Bühne. Halbe Stunde Pause. Ja. Also. Das ist jetzt auch nicht so mega aufwendig. Und, also entweder... Also immer halbe Stunde, halbe Stunde. Ja. Ja, ja. Ja, aber ich meine, du bist dann halt die ganze IFA. Ja, ja, ja. Ich bin den ganzen Tag, gammel den ganzen Tag da rum. Ja. Nehme ein Buch mit oder so. Und haben sie schon irgendwie so angedeutet, ob ihr da so ein paar Equipment-Dinger... Schauen wir mal. Was für abfällt. Wie soll denn mal schon mal sein? Ich denk's dir, aber wie oft hast du auf dem Werbedreh mal was mitbekommen? Ja, im Werbedreh... Also ich habe mal, aber ich... Aber die sind ja immer mega geizig, was das... Also... Ja, aber gerade bei IFA, da hab ich gedacht, also beim Messen ist doch so, dass sie alles rumschmeißen. Und dann halt auch Testdinger. Also Sachen, die da, wo sie ganz gut wissen, die werden nicht mehr genutzt. Du kannst die Sachen ja auch als Besucher alles testen. Ja, das hat sie mir ja damals gesagt, dass sie gesagt haben, hier, keine Ahnung, Aufsatz probier du mal sowas. Ja, natürlich wird das halt alles nicht mehr benutzt. Aber ich meine, das Microsoft-Telefon, wo ich Werbung gemacht habe, wurde auch nicht mehr verkauft danach. Und das habe ich auch nicht mitbekommen. Ja, ich meine, da müsste man da wahrscheinlich mal fragen. Weil manche denken auch so, ey, wollen die Leute jetzt auch nicht zuscheißen damit? Ja, naja. Also ich guck mal. Jetzt haben wir deine Frage fast übergangen, wa? Ja, worüber haben wir denn heute eigentlich geredet? Vielleicht machen wir das mal zur Frage, weil es wir nähern uns langsam dem Ende. Ehrlich? Scheiße. Hatst du eine gute Frage vorbereitet? Ich hatte schon eine Diskussionsfrage. Diskussionsfrage? Willst du den noch in den Raum stellen, oder willst du den mitnehmen für das nächste Mal? Wir haben eine kleine fünf Minuten. Was würden wir denn machen, wenn wir nicht mehr essen und schlafen müssten? Mit der gewonnenen Zeit. Müssten? Müssten. Ja, okay, du bist ja so ein Typ. Du darfst doch nicht mehr. Genau. Du bist ja so ein Typ, der hasst zu essen. Und zu schlafen. Schlafen würde es auch nerven. Weg. Ja, wenn es weg wäre. Das sind ja zwei Sachen, die ich echt mag. Das wäre das Lustige. Ich wäre total produktiv. Und du würdest langsam den Verstand verlieren und zum Serienkiller werden. Frage ist aber jetzt zum Beispiel beim intensiven Training, was der Körper braucht, um halt noch mehr aufzubauen, beispielsweise. Ja, du kannst halt in der Zeit dann. Wie stelle ich das ein? Indem ich Finger am Push-Deck oder was? Dann legst du dich auf dem Sofa und wirst Fortnite-Pro-Player an der Zeit nachts. Ja, was, also, ich meine, die Sache ist ja. Ja, da können wir ein andermal drüber reden. Das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, die letzten fünf Minuten. Ja, aber schreibe ich das in die Frage oder schreibe ich, wie war es? Was, wie war es, ja. Wie war es eigentlich? Die letzten Tage, aber eigentlich eine ganz geile Frage. Eigentlich ein Wahnsinn würde da entstehen. Kann man ja. Also, ich meine, Großstädten würden durchknallen. Ja, ich glaube, die Großstädte, die hätten auch ein Problem, weil der Verkehr Tag und Nacht laufen würde. Ja, und so Leute würden nicht verstehen, dass Menschen nicht nur Ruhe brauchen, wenn sie schlafen, sondern generell auch. Und sagen, wieso kann ich nicht einfach vier Wochen Party machen? Das würde es dann, glaube ich, auch. Es würde noch mehr Party-Tote geben als sonst, weil die sagen, ich kann doch ins Berghain jetzt nicht übers Wochenende, sondern über den September oder so. Warum denn nicht? Das sind nämlich die ganzen, du musst ja auch dann nicht mehr sieben oder für die ganzen Leute, die festangestellt sind, brauchst du nicht mehr fünf Tage arbeiten, sondern halt nur zwei, weil du halt dann 48 Stunden durcharbeitest oder so. Auch das ist ja schon zu viel für ein Büro. Also, wenn ich Leute, ich kenne niemanden, der irgendwo festangestellt ist im Büro und der meint, da gibt es halt genug zu tun für fünf Arbeitstage. Also, wenn das sinnvoll verteilt ist, reichen zwei oder drei. Ja, weil du halt auch irgendwo angestellt bist, wo es kein Ende gibt. Das ist ja nicht von wegen, Alter, du bist hier 25 Jahre, aber wenn du das machst, dann ist es zu Ende. So, nee, ist ja nicht. Und irgendwann kommt auch, stellt sich das auch ein und sagst, eigentlich muss ich nur hier sein. Ob ich das jetzt heute erledige oder morgen, wenn man heute ein bisschen mehr über einen Kaffee rede und die letzte Seinfeld-Folge. Ist so ein bisschen wie, ich habe vorhin Johnny bei Lidl getroffen, der sah ausgeknutscht aus und dann meinte, der übelst bin ich geschlafen. Und er hat halt irgendwie vor ein paar Wochen oder so einen Kinofilm gebastelt, war halt fertig. Was macht der nochmal? Macht der da die Special-FX-Sachen? Ja, ja. Und dann meinte, hat er gemerkt, so ein bisschen freiberuflich, das eine ist total geil, weil gutes Geld und so und dann hat er sich auf volle Haut gelegt und dann hat er halt gemerkt, ach, ich vergesse das immer, es kommt ja gar nichts rein, wenn ich nichts mache. Und dann meinte er so, jetzt muss er langsam wieder mal einen Auftrag kriegen so und das ist halt dann, wenn du natürlich laufende Kosten hast, aber er meinte trotzdem, er wird nicht mehr zurück wollen. Also er meinte, nicht mehr in die Angestellten, wenn du einmal frei bist und halt auch einfach diese Freiheiten genießt und sagst von wegen, du baust dir einen gewissen Kundenstamm auf. Ja, ich meine, klar, es ist halt nicht jeder für das Leben im Büro gemacht, wo du halt, ich auch nicht, ich würde sterben. Und andere natürlich auch nicht für die Freiberuflichkeit, also sagen halt auch von wegen, wenn ich da keine Sicherheiten habe und keine hier, dann und dann gibt es Geld. Das ist ja halt auch, klar, besonders als freiberuflicher Schauspieler irgendwas, haben wir ja schon tausendmal wahrscheinlich schon gesehen oder ich habe das halt auch dann gekostet, als ich aber GZS war, dass ich auch dachte, ist schon geil, wenn du dir vorstellst, du kümmerst dich jetzt nur noch um diese Geschichte, um die Bücher und du musst halt nichts, also nichts, du sagst dir von wegen, ja, hallo, hier Carthing und hier meine Hände, bla. Auf der anderen Seite, wenn du das sechs Monate lang machst, denkst du wahrscheinlich auch irgendwann. Oder Wolfgang Barrow-mäßig 26 Jahre. Oh Gott. Daher auch gedacht so. Eine Generation. Genau, da muss schon bei dir, ja, ich meine, okay, der hat viel Ausgleich sich dann selber gebastelt, so, aber der hat dann auch so Fähigkeiten wie, fünf Minuten Pinkelpause ziehe ich mir die ganze Szene rein, so. Warte mal kurz. Ja, klar, ich meine sicher, aber ich meine, das kannst du ja auch nicht mehr anders, glaube ich, dann danach, und kannst ja nicht mehr sagen, ich lerne am Tag davor Text. Ich klebe dir mal kurz an die Kamera, ja, aber dann habe ich ein ganz schlechtes Bild. Ja, meine Güte, schneid ein Loch rein, aber hier unten da, wo ich nichts sage. Ja, gut, ne? Da haben wir ja alles total geklärt, wie es für den letzten Wochen aussah. Gut, das war für Nüsse mit Dirk und Klaus. Ja, schreibt uns für Nüsse at gmail.com, wenn ihr auch eine Frage habt, die wir klären sollen, wie heute. Das ist für Nüsse Pod auf Twitter. Oder sind wir irgendwann auch auf Spotify? Wir sind auf allen anderen Podcast-Apps schon, aber ich trage es auch auf Spotify ein. Ich dachte anfangs, als wir diesen Podcast mal eröffnet haben, dass du gesagt hast, es geht nicht. Da ging es auch noch nicht. Achso, und jetzt brauchst du dich einfach nur anmelden oder was? Ja. Wahnsinn. Und dann müssen die dich annehmen? Können die nicht sagen, Alter? Weiß ich nicht. Okay, aber wenn die sehen, wir haben schon über 80. Bei iTunes sind wir auch. Und das ging auch problemlos. Und Lumia nimmt den Feed darüber, Deezer nimmt den Feed darüber. Okay. Welche Podcast-Apps gibt es noch? Podcast Addict nimmt den Feed darüber. Wahnsinn. Ja, also auch, ne, Fünnisse mit Türk und Klaus auf YouTube. Die kennst du überall. Kriegt sie überall. Machen wir, was machen wir als Thumbnail heute? Was, als Thumbnail? Ja. Mit einer Pflanze in der Hand, jeder. Überlegen wir mal, ne? Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.